hallo ihr lieben ich wollte mich mal ganz kurz zurückmelden nach der wahl also das musste sich erst mal setzen aber eine sache beschäftigt mich also wirklich seit sonntagabend und zwar habe ich sonntagabend in einem in einem privaten in einer privaten telegramm gruppe eine umfrage gesehen an der ich auch teilgenommen habe diese umfrage wollte wissen welche koalition die leute denn bevorzugen würden und das interessante war tatsächlich dass 48 bis 50 prozent eine koalition unter mitarbeit der afd bevorzugen würden und immerhin 33 prozent sagten sie hätten gerne neuwahlen da frage ich mich doch eins 33 prozent und das war wie gesagt es war keine afd gruppe es war eine 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 neutrale private telegramm gruppe und das haben bis zum schluss als ich reingeschaut habe 1500 leute teilgenommen 1500 leute von denen 33 prozent sagten sie hätten gerne neuwahlen sonntagabend jetzt frage ich mich tatsächlich warum möchte man dann neuwahlen denkt man dass ein großteil der leute anders abstimmen würde wenn man nochmal die wahl hätte beziehungsweise wie denkt man denn dass die leute dann abstimmen würden oder besser gesagt andere frage möchten die leute neuwahlen damit sie selbst anders abstimmen können aber ganz ehrlich warum stimmt man dann morgens erst so rum ab und möchte abends gerne andersrum abstimmen vielleicht ist einer von euch hier dabei immerhin 33 prozent der auch sagt er hätte gerne neuwahlen dann es ist wirklich reines interesse dann schreibt mir mal in die kommentare warum warum möchtet ihr neuwahlen möchtet was wisst ihr jetzt dass ihr euch anders entscheiden würdet danke schönen tag